Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK Survival Evolved Evolved auf meinem Channel und wir haben es sogar hinbekommen, Ed kippt Strom, Ed kippt verdammt nochmal Strom und Ed sieht verdammt nochmal besser aus als die anderen und er hat mir sogar die Steckdoseben hat dann dafür sogar geschickt. Was sehr, sehr nett ist, was er eben halt eigentlich nicht machen musste, aber er hat es trotzdem gemacht und das ist doch eben halt eine nette Geste, ne? Also, ich bedanke mich immer nochmal dafür in dieser Folge schonmal nochmal vor, habe jemand eigentlich schon in der letzten, ich bedanke mich trotzdem nochmal. Danke für deine Unterstützung im Let's Play, wenn du einen YouTube-Kanal hast, dann, also ich werde auf jeden Fall deinen Steam-Account verlinken in der Beschreibung und dann können auch alle eben halt deine Wunderwerke eben halt bewundern, die du eben halt immer so schön machst. Und, ähm, also mir gefällt eben halt die Mod, die du hier jetzt gemacht hast. Und, ähm, dazu und... Ich glaube, nee, also das andere ist vielleicht auch mal ganz interessant mal anzugucken, aber... Pfff, ich muss es nicht, also... Ist jetzt nicht mein so... Ist nicht mein Ding, die anderen Zäune... Piss dich! Hallo! Hau ab! Hau ab! Ich glaube, sie kriegt ja ehrlich richtig Schaden. Das passiert wohl, wenn man daran kommt, aber... Das ist, ähm... Ähm, das ist ein bisschen falsch. Nein, warum wollen wir eigentlich immer alle... Egal. 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 Achso... Sag das doch. Aber... Aber... Wäre eigentlich mal schön, wenn du mal wieder reinkommen würdest. Hallo. Hallo. Dann gehörst du nie nach draußen! Komm her! Komm her! Komm her! Ein bisschen... So! ... Kommen Sie mal bitte wieder rein, T-Rex. Hallo, T-Rex. Das, äh, scheiße. Ich glaub, würd ich sagen... Dumm kann man... Dumm kann man denn bitte sein? Hallo, bitte. Alter, kann man nicht irgendwie einen Chat ausmachen? Bleib da. So. Die sind an. Ich find das immer ein geiler Abend. Ich hab schon wieder vergessen, Wecker zu stehen. Aber der frisst eben halt immer die Leichten. Okay, hier würd ich sagen, ehrlich, so lande und so... Mal, lassen wir mal so. Aber gebt eben halt sogar den Strom eben halt dann weiter, ja. Ne? 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 Ich find irgendwas, Men ist für mich ein Stift. Und glaub nicht, dass er es Stift macht. Ups. Ähm. Naja, deswegen. Ups. Engrams. So. Shit. Fly. Das ist eben halt nicht unter Strom. Aber wenn... Also, das ist eben halt geil. Also, ich find beide Gehege geil. Allgemein! Warum haben sie es nicht gleich einmal so eingebracht, ne? Wegen dem Metall leitet weiter, oder? Dann kann ich es mir eben halt selber nicht vorstellen. Shit walk. Klar, da hier unten ist irgendwie hässlich und es ist immer keine Station. Aber... Was Salz. Zement. Habe ich nicht. Okay. Generator. Einmal gucken im Internet mal wieder. Ach... Generator... Alter. Was soll denn... Soll es... Generator sein, Alter? Ja. Äh, man... Hört schon... Leider hat er eben halt hier... Ja gut. Elektrizität... Elektrizität... Sieht man ja eigentlich auch nicht. Das muss ich nochmal da... Sagen. Ich bin froh, dass wir ihn im friedlichen Gebiet gebaut haben. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nur bewegen. Holz... Das... Das war schuld. Ähm... Ne, sieben. So... Okay. Immer noch. Schliessen. Ich schlafe mich. Jetzt schlafe mich. Okay, kommen wir nicht ran. Okay, wir können das ja nochmal lassen. Okay, wir können das ja nochmal machen. 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 Bananana. 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 Wo sehe ich jetzt, ob der... Der ist ohne eben halt... So. Klar. Dann gucken wir uns nochmal mal an. Dann gehen wir mal an. Egosaurus und T-Rex. Ist ja nun nicht so gedacht eigentlich. Männlich. Wär noch nicht so geplant. Männlich. 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 Das. Schade. Okay. Okay. Männlich. 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 ... Männlich. ähm, ich weiß, ich bin ein bisschen voll, ich weiß nicht mal warum das können wir ja mal rausschmeißen und so ähm, ich weiß immer noch nicht T-Rex und so macht ja nicht so viel Sinn wenn ich hier einen T-Rex drin hab pfff und es eher mehr Wasser gibt und zweitens der da stirbt ich glaube, er ist schon gestorben hier sieht man sogar, das, das, hier die kriegt er schon, da hallo T-Rex das ist ja das geil, Mann ich freu mich gerade so weil wir können jetzt richtig loslegen weil, Alter, ich hätte das nie so einzeln machen wollen weil, klar, ich hätte, hab immer eigentlich alles gehabt, aber ähm okay, ist schon tot T-Rex 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 ach, da kannst du nicht raus, du Idiot mein Tier, sie sind Level hoch gestiegen T-Rex kacke klar, Mann klar, Mann und bring dich mal auf die andere Seite da sind Stego und hier so was ist los was ist los hier ist ja eher weit also ich mag eher noch Triceratops und so hier drin in der nächsten Folge also die Folge ist ja jetzt noch nicht zu Ende in der nächsten Folge werden wir das so machen wir bauen jetzt ein T-Rex gegen und ähm ja wir bauen also ein T-Rex gegen und ich werde lieber das Gottmund anlassen ich glaube, dass die sterben und ähm das wird das einfach dann hier umbauen noch in der letzten äh nicht mehr in dieser Folge äh aber in der nächsten weil dann tue ich eben halt alle auf Stopp und dann kann eben halt auch keiner flüchten weil die meisten wollen immer flüchten dann okay komm her ich werde das hier bei uns und du auch nur er soll kommen gut gut warte kurz hallo du musst leider hier weg also wir nehmen dich immer mal mit machen wir nochmal richtig dann komm rein ich ich mach's okay Okay. Aktivfanden. Äh, jetzt so willkommen. Das. Wunder. Okay. Das. Okay. Ich merke schon. Ich merke es. Ich merke es. Ich merke es. Ich merke es. Danke. Ich merke es. Ich merke es. Ich merke es. Okay. Ich merke es. 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 Das passt. Das passt ja perfekt. Können den ganzen Treibsamer abreißen. Spikes. Brauchen wir ja nicht mehr. Guck, was sage ich. Erstens. Vorteil davon. Zweitens. Zweitens. Es sieht schöner aus. Ich finde es schöner. So. Jetzt haben wir ihn ganz scheiße hier weggemacht. Ähm. So. Dann gehen wir nochmal da hin. Komm mal her. Ok. Was bin ich? Nö. 25. Ok. 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 Ah! Ah! Klöbel! Sheet! Aua! War jetzt draufgeklickt. Ah! Ja, ganz vergessen, man. Trotzdem sterbe dadurch. Weil ich ja dringend sterbe. Ich hab aber Goat-Mode. Ne, ich hab Goat-Mode. Aber sterbe wegen dem Scheiß. Warte. Ew! Kann er jetzt den ganzen Scheiß hier anholen. Abholen. Yeah! Ja. Das sind einmal so Loot-Crests. Dinge mal. Das kann ich mir vorstellen. Aber der muss auch auf jeden Fall hier raus. Das ist nicht für ihn. Das ist was für die Biber. Äh... Das ist was für, äh... Tritera-Tops. Und vielleicht für ihn noch. Aber ansonsten ist das nichts. Für niemanden. Für niemanden. Sorry, ist nichts. Das sind Steine. Ich würd gerne das anmeinen. Ich würd gerne das anmeinen. was da drin ist. Klar. Auf dem Heiststein habe ich den ganzen Scheiß einfach mal benutzt. Da. 7. Ja, ich weiß. Wir haben 19 Uhr. Okay, ich... ähm... Weiß nicht. Okay. Okay. Das, ähm... wählen wir dann. Okay. Das dazu. Dit... Funktioniert soweit ja noch. Und... Ditwegen... Gehen wir einmal mal nach Hause zurück. Und... Gucken... Und... Laufen wir mal nach Hause. Laufen wir mal nach Hause. Ja. Schiet gut. Schiet fly. Und geht schneller. Schiet walk. Schiet fly. So. Und verhalten. Aktiv rumwandern. Und übrigens hier. Triceratops. Triceratops. Äh, das sieht man selber. Hat viel Arbeit lang gestickt. T-Rex... Dachte ich vergrößern. Ist aber nicht. Aber ja, schon... gut nachgemacht. T-Rex... 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 T-Rex.. T-Rex... Okay. Ähm. Das. Das. Schönste Wohnung, aber immer schöner als nichts. Und benennen ein Bett. Bett. Bett, Bett. Ähm. Dann. Würde ich ihm halt jetzt vorschlagen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir anfangen, das T-Rex-Kegel zu bauen. Und dann, äh, ja. Ciao, ciao!